die druckfabrik ist mal wieder am start ok und ja mal gucken ob ich hier ein bisschen besser komme als am letzten mal ok das lief schon mal danke und dann willkommen zurück zu im jahr sonic superstars im partnummer welcher part ist das jetzt die 14 oder keine ahnung ich habe jetzt nicht mal geguckt auf die zahl ich bin eine dumme scheiße warum untermal ich das gerade na dann auf zum second try und ich habe wieder schaden genommen weil ja ok wir sind vom schweiz gestorben ich habe es bemerkt eine absolute oberfrechheit los hoch danke ja es können sie machen das ding aber brauchen wir nicht okay haben wir geschafft wir brauchen auf jeden fall erstmal ringe weil das wäre realität nummer eins und die super form aber naja kriegen wir wieder mal nicht warum soll ich auch bekommen erklärt mir warum sollte ich auch meinen wunsch erfüllt bekommen ich sage fertig sein das ist die antwort des spiels genau hier seht ihr schon was da erwarten ja auch schon drauf mich abzuknallen auch du scheiße ok wenn es besser ist gewesen aber die brauchen wir nicht weiter ich nehme echt nur schaden in dem spiel ne aber sollen wir durchkommen kann mir das doch egal sein ok wir sind durch kommen wir nicht durch und durch let's go let's go let's go genau auch nein los trip du schaffst du schaffst du ich glaube nicht ein bisschen unten lang ok schade wir müssen das nicht ok nur zwei und down was bringt uns das ich habe keine ahnung ich habe das Gefühl es nichts bringt außer dass jetzt hier das ding schneller arbeitet moment meinetwegen so habe ich habe ich erledigt naja zum thema sterb mal ich kann nicht mal reden so dumm ist das schon Junge okay ist nur oben aber ernsthaft ich nehme wegen absolut jeder scheiße Schaden wegen jeder scheiße wie vor allem hätte ich gedacht nein 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 oh oh shit habe ich das war knapp ich versuche es nochmal genau kommen wir durch yep wir kommen wir durch genau ok ok habe ich und down kann man damit den Tower kaputt machen oder ähm ja genau komm runter so der greift uns jetzt an ok ok hab dich na dann zeig was du kannst ah hab dich verarscht ach geh weiter hier bin ich und treffer und treffer komm jetzt ist das die zweite runde jetzt ist das die zweite runde ist das heute länger scheiße na dann komm hier bin ich 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 soo nächste runde wo ja ohne Dropdash geht das nicht dann los misst arsch komm her ja man kann es da beschleunigen noch wusste ich ja nicht ok dann komm her ja soo hab dich getroffen alter let's go na komm soo getroffen komm nochmal ey komm kann es ja noch nicht down ist ok schon wieder der die so ab na dann letzte runde ach du scheiße und down tschüss motherfucker lass den kacki einfach frei bitte lass ihn einfach frei und ruhig Frieden voll Idiot danke so 2 und 1 geschafft kommt ins Projekt 2 mal gucken wie das jetzt geht weiter geht's oh nein press back 2 ich weiß noch was da war ok bisschen schnelle Scheider finden nein nicht gut oh 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 danke wir brauchen einen Scheider oh oh ja ich weiß sch scheiter hab ach nein alter das ist doch jedesmal absolute hirnriss alter oh 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 Warum? Nein. Wir sind verloren. Wir brauchen einen Schalter. Danke. Komm runter. Genau. Okay, wir haben erstmal Zeit gewonnen. Aber nur ein bisschen. Komm. Danke. Rakete. Aber in der Space Stage. Okay, gut. Brauchen wir aber nicht. Gut. So, du bleibst aus, du scheiß Drohne. Oh mein Gott. Das Ding wollte mich. Das ist die Frage, wo der nächste Schalter ist. Schalter? Haben ihn gefunden. Sehr gut. Na ja. Schnell. Schalter. Genau. Wow. Wir rasen hier gerade eiskalt durch das Level. Merkt ihr es? Das ist der Schalter. Das ist ein Schalter. Das ist immer an der Stelle. Ich erkenne ich noch, genau, los Und Hoch Perfekt Genau, wir können weiter Ich glaube, wir landen jetzt auf dem Schalter, oder? Genau Ich würde sagen, wir können uns mal jetzt ganz formieren, oder? Oder Ja Gut, jetzt müssen wir nochmal Warum haben wir es nochmal eingesetzt? Ich weiß nicht Wir werden aber angegriffen, Alter Wohren Ja, es geht alles hoch hier Hier geht alles hoch her, Alter Ringe Ich weiß nicht, soll ich bei dem Boss mal kurz abkürzen? Naja Kann ich schon So, ich halte mich schon mal bereit Hallo Idiot Bin bereit Hab dich Wir wollen einfach mal ein bisschen Spaß haben Komm Alter Ja, ich wurde eingekesselt Das ist Oh Das ist eine Warsche Ich wurde vor Arsch Ah Diese Verarsche Okay So Ähm, ja Okay So Und jetzt Verrecke Ähm, ja Der Treffer war Eigentlich So Warum Warum gehst du drunter? Was soll die Scheiße? Ja, Verarsche Ich verarsche Okay, das ist nur noch Verarschen hier Sonst sehe ich ihn nicht So Komm her, Alter Ich fahre mich durch jetzt mal selber So Das war Hab dich Oh Gott Und Genau Und Wow Genau Hab dich Hab dich sogar Cool Ähm, ja Oh, ja Okay Okay Treffer Wir versuchen es mal So Komm Treff den Danke Der Fisch ist sowas von Verarschen Von mir Äh Mein Ring Mein Gott Was zum Teufel Das war jetzt knapper als knapp Ich wäre tot ansonsten Wenn es nicht delizit gewesen wäre Ernsthaft G G An der Stelle Nein, will you talk Danke für die Frucht Weiter geht's Ab in Äh In die nächste Zone Im Golden Capital Ich hab das sogar Nackerts Bereich, oder Ich weiß nicht Ich hab keine Ahnung Aber ihr werdet uns fängt Nicht zu beklauen Ich sag's euch So Ich geh jetzt mal unten lang Ist mir unten Besser aufgestellt Ähm Naja Nicht wirklich Okay Hab ich Weiter Ach mein Gott Was wir merken Okay Hoben uns Ja Ich hatte auch keine Ausweichmöglichkeit Moment Ich muss den jetzt mal irgendwie ausgestattet bekommen Der nervt Oder ich hab rennt Sei so Ach nein Ich bin so am Arsch Alter Na klar Geht noch besser Ne Ja What do you want Asshole Genau Und Rüber So Das ist Komm schon Danke Höre 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 Und Perfekt Und Yes Weiter geht's Oh mein Komm schon Ja Ja Also Ich Ich Muss dazu sagen Durch die Scheiße Hier Komm runter Kommst du her Lern erst mal zu treffen Lern erst mal zu treffen Alter Du Ah Okay Oh Gott Mich kalt alles hier an Danke Ey Arschloch Nochmal Und Genau Yep Perfekt Wir sind drüben Also der Boss Der jetzt kommt Danke Okay So Vielen Dank Da kommen wir jetzt eigentlich gar nichts Weil der nimmt uns sowieso wieder ab Kriege ich echt als erst recht nicht So Oh Genau Genau Ja genau Mach's noch schlimmer Komm Und Perfekt Und Genau Ab Ja Ich wollte dann erhöhen Okay Machen wir es ganz kurz Ähm Können wir uns über die Zeit mal unterhalten Können wir uns über die Zeit mal unterhalten Vielleicht Ich weiß nicht Ich hab schon wieder Medaillen Alter What the fuck Aber ich Würde am liebsten jetzt gerne zu meinem Ziel kommen Hoch Und Ach Genau Genau Ja Müssen wir jetzt halt durchboxen Ja Alter Wo ist der Boss Wo war der Hund Ähm Ja Danke Okay Haben wir Aua Das war Dumme Scheiße Können wir nochmal machen Hab ja Sonst keine Hobbys So Und jetzt Ganz Get shit Vorbei Wo auch nicht Warum Call ist auch Ob Ach nein Kommt nicht mal hoch Weil Ja genau Das war jetzt auch Keine Schocks Beide auszuweisen Ich Hate keine Wahl Oh nein Okay Ringe Ach komm Ich kann nicht sagen Dass ich hochgekommen bin Los Perfekt Weiter Wo war der Text Nein Die Ringe Nehmen wir mit Das ist uns zwar Gar nichts Weil wir eh Keine mehr bekommen werden Wenn wir Den Boss Bekämpfen Aber Sei's drum Oh bleibt Da Da kommt Der Ja Los Alter Ich hab dich gehiltert Fast Ma Mann Ich dachte Ich hab dich gehiltert Schon wollen Bastard So Ich hasse es Was willst du machen Das sind Bomben Meine Fresse Ich brauch einen Plan So So Oh ja So können wir ihn bekämpfen Hab ihn Hab ihn Ja Danke Oh es geht ja rückwärts Aber Nützt dem nichts Na komm Erledigt Jetzt haben wir unsere Ringe zurück Na gut Die paar über hatten Und weiter Ich dachte Wir sind da unten Lang Hab mich schon gewundert Ich hab mich schon gewundert Warum wir noch nicht runtergekommen sind Ich hab mich schon mal den Act geschafft Nächste Runde Jetzt kommt Nuggets Act Okay Der wahrscheinlich noch Töter wird Dann los Dann macht halt alles kaputt Genau Hab es auch geschafft Wow Komm Perfekt Ah jetzt gibt es ja nur noch Ringe hier Ich weiß nicht Aber zumindest sind ja drei unsere Sachen behalten dürfen Aber da ich mich noch auf Zeit spiele Würde ich mal sagen Soll ich mal kurz mich nicht zurückhalten Da 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 Los geht's Bewegt die Stripe Jetzt gehen wir einfach mal aufs Gas treten Genau Hoch rein Holy shit Ich stelle ich vor super trip Stirb bei einer Zerquetschung Ich glaube dann hätten mich alle ausgelacht hier Ich glaube in dem Moment hätte mich wirklich absolut jeder hier ausgelacht von euch Na dann Runter und hoch Da 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 Komm Wir fliegen einfach weiter Ich finde es einfach lustiger zu fliegen irgendwie Keine Ahnung Mir macht es irgendwie zu viel Spaß gerade Vor allem das hier macht so viel Spaß Ernsthaft Klar es ist nicht die ältige Toilet Action Ich meine hier sieht aber hey Bisschen Fun haben kann man auch mal oder Da 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 wäre eine Special Stage ne Keine Ahnung sollen wir die mitmachen? Ne Über das wir uns da quetschen Genug für den Tag Geh mal kurz bis Über das Bonus Stage machen Wir haben ja lange keine mehr gemacht Was zum Teufel Ich muss an den Knopf Komm Komm Das ist mein Ziel Genau Genau Und jetzt komm Einmal durch Habs geschafft Und Drehe mal kurz alles um Ja Tschüss Tschüss Danke Für den Scheiß Gut Machen wir weiter Waren wir aufgehört Stimmt Wir wollten unsere Ringe alle verlieren Da haben wir aufgehört Und Genau Machen wir hier weiter hoch Komm Genau So viele Ekrobos Moment Jetzt können wir das schaffen Genau 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 Der gut funktioniert Danke Das heißt Was ich wollte Ich wollte einfach nur da hochkommen Was ist das Ist schon Für Das Genau 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 Hoch mit dir What What Du bist abgeschossen Ich sag dir Ich hätte deine Mutter abgeknallt Oh Du hast ja keine GG An der Stelle Jetzt Jetzt kommen die Skills raus Ich sag's euch So Stirb Ich werde wahrscheinlich da Eck 2 erstmal Einen Cut setzen Weil Vier Ecks pro Part Schon zu ziemlich Gute Nummer Genau Ja Das hat gut funktioniert Was haben wir denn da Goldkanone Baller rum Baller mich ab Alter Ja der will mich ab Ballern Ich sag's doch Alles will mich hier umbringen Moment Ringe Danke Act 2 ist durch Nice So wollen wir uns doch sehen Und aus einem nächsten Part Von daher bis zum nächsten Mal Bis dahin Und Ciao Ciao Outro 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 Outro